Moin und willkommen zu einem neuen LS22 Vorstellungsvideo. Seit dem 13.06. gibt es einen neuen DLC für den Landwirtschaftssimulator 22. Das Hay & Forage Pack beinhaltet 17 neue Maschinen und Geräte für die Verarbeitung von Gras und Heu. In diesem Video stelle ich euch das neue Pack vor und ihr erfahrt für wen sich das DLC lohnt. Besitzer vom Year 2 Season Pass erhalten das Paket direkt im Pass. Regulär kostet das DLC im Shop von Giants 10 Euro. Beginnen wir mit den neuen Marken. Brilmeier, Reform und Reiter finden ihren Weg in den Landwirtschaftssimulator. Von Reform kommen die Kompakttraktoren Metrak H7 und Mountie 110V. Außerdem gibt es mit dem Muli T8X einen multifunktionalen Transporter mit verschiedenen Aufbauten. Neu in der Simulation ist außerdem der SKH 60 von Rigitrack und der Brilmeier 29 EFI als Mähwerk und Schwader. Den 29 EFI bedient ihr zu Fuß und ihr kommt dadurch an besonders engen Stellen besser zurecht. Außerdem gibt es verschiedene neue Mähwerke, Schwader und Wender für Heu. Mit dem Respiro R9 Profi erhaltet ihr einen Schwader mit Bodenanpassung, ideal für die Arbeit an Hängen. Für Arbeiten an Hängen eignet sich außerdem der Rigitrack SKH 60, da eine Hang-Ausgleichskabine besitzt. Aber für wen lohnt sich das DLC? Das Hain & Forage Pack lohnt sich für alle, die Tierzucht betreiben oder Silage mit Gras herstellen. Die Maschinen und Geräte sind komplett für die Ernte von Gras und die Herstellung von Heu ausgerichtet. Besitzer vom Year 2 Season Pass erhalten das Paket automatisch und gerade kleinere Geräte und Maschinen eignen sich für Mäharbeiten am Feldrand. Ein Highlight ist der Schwader Top 1403C von Pöttinger, der über eine große Arbeitsbreite verfügt. Außerdem gibt es mit dem Jumbo 8450 dB von Pöttinger einen Ladewagen mit 47.300 Liter in Kapazität. An den Ladewagen könnt ihr auch einen Siliermitteltank hängen, sofern ihr Silage herstellt. Ein kleinerer Ladewagen kommt von Reform mit dem Primalpin. Auch hier gibt es einen optionalen Siliermitteltank. Der Ladewagen ist als Aufbau mit dem Muli T8X kompatibel und hat eine Kapazität von 13.900 Litern. Ich persönlich mag das neue DLC bereits jetzt. Die neuen Maschinen und Geräte bringen sehr viel Abwechslung bei Mäharbeiten. Wie gewohnt ist der Detailgrad sehr hoch und auch der Sound der Maschinen klingt eindrucksvoll und imposant. Beachtet, dass gerade die größeren Maschinen wie der Ladewagen und Schwader von Pöttinger einen PS-starken Traktor benötigen. Die Schwader von Reiter sind optisch nicht nur beeindruckend, sondern verfügen auch über mehrere Optionen zur Schwadablage. Dadurch seid ihr beim Schwadern sehr flexibel und könnt den Schwad in die gewünschte Richtung ablegen. Sofern ihr also gerne Silagefahrt oder Tierzucht betreibt, solltet ihr beim DLC zuschlagen. Einen Link zum DLC findet ihr im Übrigen in der Videobeschreibung. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Über einen Kommentar freue ich mich auch sehr. Falls ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal. Bis zum nächsten Mal, euer Metalizer.